Hinten wir dauernd im Laufrenner, Alter. Jetzt hab ich. Nachdem ich dich halb durchlöchert hab, ne, fast. Und mein hab ich den Taxi, der reicht auch. Ey, passt auf, ich fick ihn jetzt. Hör, wieso hab ich 20.000? Ach nein, ich werd angerufen. Von Lester? Ja. Ich wurde direkt von ihm angerufen, mitten im Schießen und dann hört er auf. Der will andersrums laufen. Ich hol uns mal ein anderes Auto, damit können wir ihn ein bisschen besser ficken. So, Mechaniker. Oder hat er genug jetz? Oh, er kommt mit dem Auto. Jo. Ich hab gehört, wir wollen ihn so minimal ficken. Zerfängt! Ja, ich... Ich war fast das. Der muss gleich total abgefuckt sein, ja. Dann drei Tipps auf einen. Wuuuuh, lauja. Echt, da wisst der denn, warte mal. Ich seh ihn gerade. Der ist 37. Hab ihn. Mein Bulle, er hoffst mich zu zerficken. Ich hab ihn wirklich immer nicht. Ha, da hinten ist er. Mich fickt er nicht mehr. Ich hab meinen Kuruma. Die Bullen zerficken wir dir aber. Ja, aber mich nicht. Au, au. Au. Auto hat mich überhaupt hart. Da, ist klar Bullen, ne? Nein. Da muss ich meinen Rang auch erhöht. Nur mal Auto. Oh, hinter Sebi oder Wolf ist der gerade. Ich weiß es gerade nicht. Hinter mir. Oh, da. Der ist halb live. Der ist schnell zu ficken. Ach. Alter, er hat mich genau durch den einzigen Schlitz geschossen, wo man verwundbar ist. Nicht. Ich hab ihn von hinten gekillt. Nicht nur du. Ich hab auch mit auf ihn gefeuert. Mann. Oh ja. Ey, Bullen fahrt doch mal das Schrottsche. Sie ist weg. Er steht völlig in Bücher. Das hat nicht so geklappt mit Zivilwerfen zu ihm. Haha. Ich glaub, man kann in dem Kuruma gar kein Zivilwerfen. Nein. Kannst du leider nicht. Ich kann aus dem gar nichts rauswerfen. Man hätte ja mal die Tür aufmachen können. Hm. Alter, jetzt muss der doch langsam mal. Stinky sein. Eigentlich schon, ne? Ach komm, hör auf auf mich zu schießen, Freundchen. Das klappt doch so oder so nicht. Bumm. Ja, der hat ihn gleich zerrobbt hat, ey. Ne, das ist der andere Spieler. Da vorne, da hinten. Ja, am Strand. Der hat nicht viel Laufmeldung. Der fährt. Oh, jetzt hat er Raketenwerfer. Alter. Ich weiß nicht, eine Kugel noch und du kommst an. Ich ficke dich. 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 Zusammen ficken wir. Jetzt.